Free for all! Complete the mission! It's all up to you now! Throwing C4! Get ready for the next one! We've taken the lead! You're the only one left! Enemy new game coming! It's over! This is BO2, bitch! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Black Ops 2 Video. Nachdem ich letzte Woche in Hardcore Team Deathmatch gespielt habe, werde ich heute zur Abwechslung mal wieder eine Runde Wettrüsten oder Arms Race auf Plaza spielen. Daher habe ich auch höhere Killstreaks verwendet, nämlich die Hellfire Missile, den Orbitalsatelliten und die Escort-Runde. Ich bin wirklich überwältigt, wie viele Abos in den letzten Wochen dazugekommen sind auf meinem Kanal. Ich habe jetzt schon über 400. Und schon mal ein dickes Dankeschön an der Stelle an euch alle. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar von euch immer wieder und dass euch die Videos von mir so gut gefallen. Ich denke, wenn ich die 500 schaffen sollte, dann gibt es ein kleines Abonnenten-Special. Vielleicht habe ich mir überlegt, ein Spezialvideo von Sakuza antwortet, in dem ich ein paar eurer Fragen beantworte. Ich habe ja letzte Woche damit angefangen, mit dem Sakuza antwortet und werde da wöchentlich versuchen, in so kürzeren Videos auch ein paar Fragen von euch einzugeben. Dabei kann es sich um After Effects handeln, aber auch allgemeine Themen wie Gaming, Filme, Hobbys etc. Also das ist ganz freigestellt. Schreibt mir doch in die Kommentare rein, was euch so interessieren würde, beziehungsweise welche Fragen euch auf dem Herzen liegen. Werd dann die besten Fragen auf jeden Fall sammeln und dann in das Video reinbanken. Ja, gestern habe ich gelesen, dass Sony angeblich einen Kinofilm zu Gran Turismo plant. Hm. Lass mich raten. Das sind dann ein paar aufgepumpte Kerle, die die Autos fahren und die planen dann einen ausgefeilten Überfall. Und am Ende wird dann der Undercover-Cop einer von ihnen. Nee. Ah, okay. War doch ein anderer Film. Moment. An was denke ich da jetzt? Hm. Naja. Wie kommt man bitte auf sowas, über so einen Spiel einen Film zu machen? Ich meine, das hat null Story, das Spiel. Aber gut, ich meine, das hat auch niemanden gestört bei dem Film Battleship, ja. Der auf dem Brettspiel Schiffe versenken basiert. Ich meine, wenn du das irgendeinem normalen Menschen erzählst, der schüttelt doch nur den Kopf und denkt, du bist geisteskrank oder irgendwas. Naja. Es soll ja auch ein Film jetzt in Planung sein über die Sims. Genauso schwachsinnig. Ist auch ein Spiel ohne Story. Was soll das? Naja. Aber Videospielverfilmungen sind bei mir eh ohnehin so ein rotes Tuch irgendwie. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie man so viele schlechte Filme machen kann über Spiele. Bei den meisten Spielen müsste man ja echt einfach nur Zwischensequenzen nehmen und die eins zu eins nachfilmen und schon jetzt tun einigermaßen guten Filmen. Ah. Ich habe mir zum Beispiel auch gedacht bei dem, naja, ich nenne ihn jetzt mal Film über den Max Payne. Spiel, was schon ein fertiger Film in sich eigentlich ist. Ja. Und was machen die? Der Film hatte nicht mal irgendwie ansatzweise irgendwas mit dem Spiel zu tun gehabt. Das war echt so, ah. Tut einfach nur noch weh. Also, man merkt einfach, dass die Produzenten, die solche Filme machen, überhaupt nicht wissen, worum es überhaupt in den Spielen geht. Die sehen einfach, okay, das hat die gut verkauft und denken dann, ja wir machen einfach irgendeinen Standardmist draus. Ist ja wirklich völlig wurscht eigentlich. Wir vermarkten das einfach nur ganz gut mit viel Geld und dann werden die kleinen Trottel da schon irgendwie reingehen. Für wie dumm halten die eigentlich einen? Naja, anscheinend für sehr. Und jetzt wird dann auch noch ein World of Warcraft-Film gemacht, der irgendwie auch schon in längerer Zeit in Planung ist. Irgendwie wollte er irgendwie Peter Jackson schon machen. Jetzt ist irgendwie der vierte oder fünfte Reduceur dran und ach, das wird doch auch nichts werden. Vor allem, wozu? Herr der Ringen schlecht oder wie? Ich mein, braucht es die Welt wirklich noch? Ah, anscheinend. Ich wundere mich eigentlich eh, warum nicht schon längst ein Call of Duty-Film-Film gemacht wurde, wenn wir schon dabei sind. Ich mein, einfach zu machen. Regie Michael Bay, Hauptrollen The Rock, Mark Wahlberg und jetzt Überraschungsbösewicht ist dann John Klaff von Damm am Start. Und schon haben wir den Sommerblock-Blockbuster vom Allerfeinsten. Ich mein, hm. Sollte ich wahrscheinlich nicht so laut sagen, sonst kommt es noch auf Ideen. Hm. Kennt ihr eigentlich auch nur einen einzigen guten Film, der auf einem Spiel basiert? Also ich nicht. Und ich hab fast alles gesehen, ja. Also am ehesten fand ich da fast sogar noch den Doom-Film irgendwie am annehmbarsten. Allerdings schon wegen dieser Ego-Perspektiven Action-Sequencing, wo er dann wie Big Fat Gun packt und dann gegen diese Schweineviech dann erkämpft. Aber das würde schon was heißen, wenn ich den schon gut finde. Ja. Gut. Genug geärgert. Am Ende noch ein bisschen PDW-Action hier. Und dann kriege ich noch die Escort-Drohne. So soll das doch sein. Ja. Ich hoffe, es war wieder ein Video nach eurem Gusto. Wenn ja, würde ich mich über ein Like von euch freuen. Und ja, schreibt mir wie gesagt in die Kommentare rein, was euch für Fragen so auf dem Herzen liegen, was euch interessieren würde. Genau. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. See ya. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020